weiter geht's so den nehme ich das habe ich freigeschaltet kann ich noch nicht freischalten was ist das verbesserte blendgranate fähigkeiten boostkarten nein ich will nicht das was soll denn das zurück 50 offiziere kills abschliessen meilensteine wo kann ich denn die meilensteine sehen ich weiß ihr hört mich und ich weiß es ist aber wir sind hier um zu kämpfen sturmtrucks wollen unsere freundin maas kastell holen wir müssen dringend zeitgewinnen wir gehen an der gedenkstätte in stelle und halten sie so lange wie möglich wird bestimmt lustig aber seid vorsichtig ich will doch hier hoch ach come on wieder so ein sniper hasse oh mein gott oh mein gott komm Wir haben Dramatik geschützt! Wir müssen sie stoppen! Oh, was war es schon wieder? Schon wieder einer von da! Verpiss dich, Mann! Oh, was war es schon wieder? Schon wieder einer von da! Verpiss dich, Mann! Oh, was war es schon wieder? Oh, was war es! Das war's. Das hat geraubt. Ich habe zwar keine Ahnung was ich getan habe, aber egal. Ich habe keine Ahnung. Wo steckst du? Aktiviere Automatikgeschützt! Da eliminiert einer unsere Leute, ein Elite-Kämpfer der ersten Ordnung. Nein! Nein, komm schon, lass mich doch mitspielen. Hier, komm, ich will zu dir. Aktiviere Automatikgeschützt! Kippe runter! Werfe Granate! Wir schützen dich hilflos mit unserem Leben! Nein! Verstärkt die Verteidigung! Stationiere Automatikgeschützt! Vorsicht! Nicht aus! Ich seh gar nichts! Wir haben gewonnen! Das war's! Stammtrucken kriegen gar nichts!